So Leute, ich bin's wieder Ali mit Palos und wir spielen Resident Evil 5. Beim letzten Mal haben wir diesen Hike verloren. Epischer Anfang von dem Spiel, ey. Man sieht einen Fuß. Ja. Go! Go! Thanks! 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 Ah, schön. Dann dürfen wir jetzt die Caps nochmal machen. Denk dran, auf die Arme dann gleich schießt, wenn das die Scheibe kommt. Ach du Scheiße! Und wir dürfen uns die Szene nochmal angucken. Macht aber nix, schön anzusehen. Naja, nicht ganz... Go! 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 Thanks! Auf die Gerätewahl! Okay, okay, jetzt! Ja, Moment, darf ich auch noch hinsetzen, oder? Okay, ach, komm schon. Jetzt ist er aber genau, wie wir ihn bekämpfen. Das wär ästlicher Bastard. Okay. Oh, komm ich zu da! Komm ich zu da! Was ist zum? Ähm... Das ist aber gestern nicht passiert. Neee... Denk dran, vor der Überheitzung aufpassen. Ja. Ich mach mir ernst. Oh, das ging schneller als letztes Mal. Ja. Okay. Ich mach links. Ich mach rechts. Ich war jetzt auch links, weil ich weiß, anders hab ich nicht mehr im Ziel. Und er nimmt jetzt wieder den dummen Stein. Oh, oh, das find ich aber gar nicht gut. Dummes Pass! Ach du Scheiße. Ähm... Ähm... Nein, natürlich nicht. Nein. War ja klar. Aber wir haben jetzt ein gemeinschaftliches Ziel. Bei mir lag die Aufnahme nicht mehr zurück. Jetzt nicht mehr. Oh, wir werden geschossen. Oh, oh. Äh... Das sieht ja wieder ganz normal aus. Ja, das ist nicht gut. Ins Gesicht! In your face! Warte, will ich mal ganz kurz um ihn? So. Ah! A-D! Mein Gott! Was? Scheiße, ich hab ihn nicht gedupft. Ist ja auch links. Egal. Hab ich das nicht eigentlich... Hab ich das nicht eigentlich... Haben wir das beide ein bisschen zufrieden, glaube ich? Oh, oh ja. Genau. Hier! Ach, hier! Es ist bis jetzt die... Oh, 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 oh! Was? Was ist denn da noch Rocky, oder was? Es ist jetzt eigentlich die hässlichste Station. A-D! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ich hab's mal wieder nicht geschafft. Oh, wir versagen ihm wieder volle Kaminie. Oh, wir schafften jetzt mal. Äh, nur noch linke Seite muss weg mit seiner Tür an. Ah, ja, ja, ja. Ah, die! Oh, diesmal haben wir's sogar geschafft! Wuhu! Oh, was? Was ist denn der Kollege? Ah, nein! Was zum Teufel? Was zu allem ist geschehen? Oh, 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 oh. Die Szene wird uns, glaube ich, noch etwas länger beschäftigen, Adi. Ja, würde ich auch sagen. Okay, und ich brauche mal ne Uhr. Ich hab meine Uhr. Ja, verdammt! Ich kümmere mich so lange schon um ihn. Alles klar! Ich hab aber die Klasse, weil er hält die Tankkresse. Das spät ist ja doch. Danke! So! Ey, jetzt sind die Dich aber anders rausgekommen. Handicap! Und ich hab mir erst mal um die Leute dahinten gekümmert. Ja. Und ich, das war da wieder unser Problem. Oh nein, jetzt kommt der Scheiß wieder. Boah! Das ist mit einem Bock in Ruhe. Nein, 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 nein! Wie kann man das nicht abwehren? Ah, doch! Man kann ihn kaputt schießen! Man muss auf die Puppen schießen! Ah, nein! Ich hab's geschafft! Ja, wir haben's geschafft! Ja, wir haben's geschafft! Ja, wir haben's geschafft! Ja! Ne, da hinten sind schon wieder die Puppen angekommen. Die Leute wollen uns um die kümmern! Die spürt doch! Ja, ich, äh, hier ist so großer Puppen und so im Weg, weißt du? Nein, nicht! Da warst der! Die können wir doch ignorieren, weil die dahinten ist viel wichtiger! Klar! Klar! Warte, ich kümmere mich jetzt wieder hin! Und schon können wir weitermachen! Ja! Das ist aber ein geiler Kampel! Ja! Aber jetzt ist er wieder noch frei! Ich finde es schade, dass wir uns nicht von der Stelle bewegen können! Ja, das ist so... Und ducken! Boah, das war knapp! Und... Oh, 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 oh! Da hinten kommen wieder neue! Warte, ich kümmere mich hin! Okay! Ich schieße auf... Bäm! Sehr schön! Oh, jetzt sind wieder vier da! Das ist mal schafft ihr! Das müssen wir! Ja, klar! Ich nehm' keine andere Wahl! Äh... Boah! Ich bin gleich überlassen! Ja! Oh mein Gott! Er kommt uns zu nah! Äh! Geh weg mit deinem Fuß! Oh, da sind schon wieder neue! Ja, was soll denn denn? Ja! Oh mein Gott! Der ganze Knochen steht da raus! Und... Und... Und hier hat's nie kurz gelegt! Nein, wunderbar! So langsam haben wir den Dreh raus, Adi! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, oh, oh! Boah! Okay! Jetzt steht nur noch den Inkasch! Ding, 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 ding! Wer hat das... Ah! Oh! Das war knapp mit dem Fuß! Was ist das? Ist er tot? Nein! Gibt die drei? Ja! Oh, wär klar! Das ist mein eigenes Ding! Alle drei ballern! Ja! Ja! Komm! War dat lecker! Das war's! Verquast sein Zett und sein Herz! Sein Herz trägt er auf den Rücken! Ja, fall auf uns! Kein Problem! Ne, ne! Wir haben's nur noch weggeschafft! Grad so! Schäfer, wir wären jetzt gestorben! Sie sind tot! Das wäre ein bisschen unfair! So ein bisschen, ja! Ja! Und jetzt? Jetzt haben wir ein Problem! Wir liegen tot! Nein! Shiva fängt gleich an zu heulen! Shiva, lass die Leute hin irgendwo! Die muss ja natürlich was klauen! Ja, die... Verdammte Polen! Ne, ich sag nichts! Du musst das nicht tun! Du kannst immer noch aufsteigen! Und du! Oh Gott, das wird so episch! Du musst es nicht tun! Du musst es nicht tun!